wir gucken uns video mal hier an hier wird ein das älteste die älteste bibel gefunden und zwar in wo in jerusalem und da steht geschrieben dass jesus nicht so ein gottes ist sondern diener gottes ist wir gucken uns mal das video kreuzigung ist nicht drin steht nicht geschrieben und dass er gott ist steht auch nicht geschrieben in diesem bibel steht das nicht geschrieben und das älteste manuskript laut dieser dokumentation dass der diener gottes nicht sohn gottes und ein diener gottes so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier wird das älteste Bibel gefunden und zwar in Jerusalem und da steht geschrieben, dass Jesus nicht so ein Gott ist, sondern Diener Gottes ist. Wir gucken uns mal das Video mal an. In der Greek Quarter of the Old City of Jerusalem, there is another ancient book that was not included in the Bible. It's one of the most contested of early Christian documents, possibly even older than the Gospels themselves. I believe it is the key to understanding Jesus' original message. The Library of the Greek Patriarch has the only complete copy of an ancient handbook specially written for converts to Christianity that was compiled when Jesus' family was still alive. The Didache gives a direct insight into what the very earliest Christians thought and did. The collection of the Holy Sepulchre. It has never before been filmed. Can I hold it? Yes. Wow. Wow. This is like being close to the early church. Of course. Wow. And I'm not using gloves. Is that okay? It's okay. I'm not using the sword. Wow. The book begins here. The Didache, or teaching, contains a code of Christian ethics based on the original teachings of Jesus and some instructions as to the proper forms of worship. I'll be left. Thank you. Thank you. Boom, bam, bop, bada-bop, boom, pow. Boom, bam, bop, boom, pow.